Herzlich willkommen zu diesem Capstone Video zu Ableitungsfunktionen und Stammfunktionen. In diesem Video geht es um das grafische Differenzieren. Überlege dir zuerst einmal selbst, wie die Ableitung der gegebenen Funktion aussehen kann. Gegeben ist also eine Polynomfunktion dritten Grades. Ihre Ableitungsfunktion ist eine quadratische Funktion. Der Graph einer quadratischen Funktion ist eine Parabel. Um eine Parabel zu zeichnen, benötigen wir nur einige, wenige ausgewählte Punkte. Als erstes sehen wir uns die Extremstellen der Funktion f an. Wir haben eine lokale Extremstelle, ein lokales Maximum und ein lokales Minimum. An diesen Stellen ist die Steigung der Tangente 0. Wir haben also Tangenten, die parallel zur x-Achse verlaufen. Unsere erste Ableitung muss an diesen Stellen also eine Nullstelle besitzen. An der Wendestelle von f hat unsere Funktion minimale Steigung. Die Ableitungsfunktion f' also ein lokales Minimum. Für eine Parabel bedeutet dies, dass es sich um den Scheitel handelt. Nachdem die Wendestelle bei einer Polynomfunktion dritten Grades exakt zwischen den beiden Extremstellen liegt, lässt sich diese Extremstelle der Ableitungsfunktion einfach finden. Und mit etwas Geschick können wir nun die Parabel zwischen x1 und x2 skizzieren. Vorsicht, laut Angabe muss sie zwischen x1 und x2 liegen, also bitte nicht darüber hinaus zeichnen. Und damit ist das Beispiel gelöst. Video Spiel